Eine klare Aussage der schwedischen Nationalmannschaft bei ihrem Training am Sonntag nach der knappen 2 zu 1 Last-Minute-Niederlage vom Vorabend gegen Deutschland. Jimmy Durmas hatte den fatalen finalen Großfreistoß mit dem Siegtreffer für die DFB-Elf verursacht. Ärgerlich genug, doch das, was dann folgte, war selbst für einen Vollblut-Profi wie ihn zu viel. Ich bin Fußballer auf höchstem Niveau und dass man kritisiert wird, ist etwas, mit dem ich leben kann. Es ist Teil des Jobs, damit kann ich immer umgehen. Aber als verdammter Fremder bezeichnet zu werden oder als Selbstmordattentäter oder dass meine Familie und meine Kinder Morddrohungen bekommen, das ist völlig inakzeptabel. Ich bin Schwede und trage stolz unser Trikot und unsere Flagge. Aber ich will auch all diesen wunderbaren Menschen danken, die Freude verbreiten und nett zu uns sind. Wir stehen zusammen, wir sind Schweden. Richtig, Jungs? Wir sind in der Gruppe F alles offen. Der Einzug ins Achtelfinale nicht entschieden. Im letzten Gruppenspiel treffen die Schweden auf einen vermeintlich schweren Gegner, nämlich Mexiko, während Deutschland am Mittwoch in Kazan gegen Südkorea antreten muss.